Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier zwei Karten, Weihnachtskarten zum selber basteln. Ja, das sind so eine Schiebekarten, lebendige Karten nennt der Hender sie auf seiner Seite auch. Die sind total niedlich. Ich finde die richtig schön. Das ist von einer Seite, von einer Karte, die Vorderseite, die vordere Ansicht. Und dann hat man hier ganz viel Material, um daraus eine richtige schöne Schiebekarte zu fertigen und um einen Gutschein zu verstecken. Das alles muss verbaut werden. Ich hoffe, ich habe noch nichts durcheinander gebracht. Ich glaube, ein Teil von dem, was hier in dieser Klappkarte drin ist, gehört hier mit dazu. Wie auch immer, ich habe da noch allerhand zu tun. Gut, ich will das für meine beiden Enkelkinder haben. Die kriegen ja von mir Geld zu Weihnachten neben einem kleinen Handgeschenk. Und da habe ich die Absicht, dann was richtig Schönes für sie zusammenzubasteln, was Originelles. Ich bin fast versucht, sie hier selber basteln zu lassen, aber es soll ja eine Überraschung werden. Insofern wäre es dann natürlich doof, wenn ich das mache. Hier sind Anleitungen zum Basteln mit dabei in verschiedenen Landessprachen. Ich habe mich erst gewundert, warum so viele von demselben Blatt dabei sind. Aber hier oben steht dann immer die Sprache, in der es verfasst ist, sodass sich jeder für seine Zwecke das Beste raussuchen kann, das Richtige, was er versteht. Und dann haben wir hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Für diejenigen, die das mit dem Lesen nicht so haben und dem nacharbeiten, die lieber visuell sich anleiten lassen, ist auch ein YouTube-Angebot da, wo man sich Step-by-Step die Aufbauanleitung anschauen kann. Auf jeden Fall ist es was, was Spaß macht, was man auch aufbewahren kann, was langlebig ist und ganz sicherlich auch großes Interesse weckt. Ich empfehle das gerne weiter. Ich finde 12,95 Euro, das ist 6,50 Euro rundgerechnet. Nicht auf den Cent genau, ich weiß, rundgerechnet 6,50 Euro pro Stück, finde ich absolut in Ordnung. Das war es von mir. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!